Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind in Düsseldorf. Bisschen spielen, bisschen Pokémons fangen. Ja und wir machen jetzt einfach mal den ersten Raid hier. Wie viele Leute sind wir jetzt? 9 oder 10. Ich denke mal das dürfte jetzt schnell gehen. Wenn du willst, geht's rauf der. Gibt's schlauze. Wenn du willst, geht's. Wenn du willst, geht's. Wenn du willst, geht's. Wenn du willst, geht's. So und dann haben wir auch schon Platz, der hatte jetzt Donneralsattacke, das geht noch vom Schaden her, es gibt weitaus schlimmere Attacken. Meine Quote ist miserabel wie ihr wisst, 10 Golden Himmelbeeren, 3 belebert, 3 Sonderbonbon, 5, 6 Supertränke, ja, 500 Sternschock vom Beleben von dem Thomas, 2,000, wieviel? 2,095, das ist okay, so pass auf, jetzt kommt meiner, 10 Bälle, 2,301, wieder ein 2,308 Thomas, Wow, 3,301 hat meine auf, aber meine Quote ist bei dem richtig Schlimmen. Meine auf, die habe ich schon eingefallen. Kyobre. Ach gut, kommt schon, das muss doch jetzt mal klappen. Ich habe ihn. Du hast ihn? Ich habe ihn. Ne, ich habe ihn. Das muss jetzt mal klappen. Ja, leider so. Die Chancen sinken, ne? Die Quote wird immer schlimmer. Ja, ja, sag ich doch. Guter Wurf, komm bitte, ich muss ihn doch kriegen, das kann doch nicht sein. Nein. Ich habe ihn. Was? Meiner nicht. Manchmal bin ich kurz davor. Einfach fabelhaft gescheißen. Thomas, meine Chancen sinken, weil ich habe ihn auch. Ne. Mein fünfter. Boah. Dann sinken auf meinen Platz, aber ich stelle noch nicht. Der kommt bei jedem Ball raus direkt. Ja. Ich habe sechs für dich, aber ich habe einen Pass. Geht ihr noch mit zu dem anderen, oder? Wo ist noch einer? Weiß ich nicht. Aber frag mal am besten bei den anderen. Ist mir egal. Nur noch vier Bälle, Leute. Es geht wieder in die Hose. Raus, beim ersten Mal. Du hast ihn ernsthaft. Ich habe ihn ernsthaft. Jetzt habe ich drei. Ich glaube, wenn ernsthaft nicht, braucht es zwei. Ja, meine hat gerade dreimal, zweimal nacheinander abgeblockt. Dreimal nacheinander abgeblockt. Ja. Ein Ball noch. Gut getroffen. Ich habe jetzt nur einen, Bro. Er ist weg. Er ist geflüchtet. 2301 geflüchtet. Meiner ist 238. Der flüchtet gleich auch. Scheiße. Ich habe dich einmal bekommen. So, also wieder einmal geflüchtet. Sie hat ihn bekommen. Ja, meine auch. Ich wollte gerade sagen, weil er gut ist. Aber alle hauen bei mir ab. So, wir gucken noch mal kurz die Quote. Von dem. Meine Quote. Einen von zehn. Einen von zehn. Na ja, wir versuchen jetzt weiter. Also, bis später. So, wir sind jetzt hier am nächsten Rates. Mitten in der Stadt. Mitten in Düsseldorf. Mitten in Düsseldorf. Und ich hoffe mal, dass es jetzt bei mir klappt. So, ihr seid aber auch möglich wie man im Hintergrund sehen kann. Es sind ja auch eine Menge Leute aus Düsseldorf noch mit dabei. Und das geht jetzt relativ schnell. 16 Leute sind wir ja. So, wir haben zwölf Bälle. Ich habe schon gesehen, das ist ein relativ schlechter. 2268 WP hat das Ganze. Wir können verwerfen erstmal. Wieder verworfen. Abgewehrt. So, großartiger Rohr. Komm. Komm schon. Raus. Langsam muss noch mal der zweite Dienste. So, gerade noch betroffen. So, jetzt komm schon. Raus. Keine Chance. Keine Chance. Ich weiß, dass wir das eben schaffen können. Keine Ahnung. Glück. So, gut. Komm schon. Wie viele Bälle hast du denn noch? Ein. Raus. Keine Chance. Wie viele Bälle hast du noch? Ich habe noch 2 Bälle. Ja. 2-3 Zwift. Was? Yes. Da ist es anstellen. Dann sind wir die Kamera. Großartiger Rohr. Guckst du in die Kamera? Was? Raus. Keine Chance. Nichts. 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 Keine Chance. 2 Bälle noch. Großartig. 1, 2, 3. Keine Chance. Er ist jetzt wieder weg, ne? So, letzter Mal. Die kommen uns entgegen. Er ist weg. Er ist geflüchtet. Er ist wieder geflüchtet. So, wir sind jetzt beim dritten Kyogre. Das ist dann das fünfte von mir, was ich heute mache. Und ich hoffe mal, jetzt krieg ich noch mal eins. So, jetzt ist er da. So, jetzt ist er. 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 So, jetzt ist er jetzt für einen bekommen von mir. 2278. Okay. Wieder das schlechte. Aber 13 goldene Himmelbeeren. Vielleicht krieg ich ihn jetzt. Wie schön. Hast du einen Routen? Weiß ich auch nicht. Schmoll 4 hat deine. 2254 ist, glaube ich, einer der schlechtesten oder so. Schön. So, 12 Bälle. Jetzt muss das doch mit 12 Bällen klappen. So, 12 Bälle. Getroffen. Was? Der kommt. Der macht wieder. Kein, keiner Titschen. Es geht weiter. Das Wetter wieder ab. Großartig getroffen. Ich muss mich jetzt gerade echt mal konzentrieren. So aus. Großartig. So. Wenn man sich konzentriert, dann geht das. Man nützt ja alles nix. Kommt ja wieder raus. Der kommt raus. Der kommt raus. Der kommt raus. Großartig. Schon wieder. Der kommt raus. Der kommt raus. Ich hab ihn! 2 Pfund 5. Es geht aufwärts. Leute, das ist besser. Ja. Ich hab ihn auch gekriegt. Warst du schon wieder? Ja. Krass. Sie haben jetzt 2 nacheinander bekommen. 3 nacheinander. Aber ich hab meinen ersten. Ja. Ich glaub das ist der schlechteste, den man überhaupt bekommen kann. Und hier ist noch ein Pikachu. Das fangen wir jetzt auch noch im Video. Boah, ich bin so froh. Ich mag es hier kommen. Ja, siehste. Ja. 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 Ich hab noch mal Glück gehabt. Ich bin dran für Düsseldorf. Weißt du? Ich hab Zeit. So. Und wir fahren jetzt mal weiter. Und melden uns später wieder. So. Ich bin jetzt inzwischen zu Hause. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Einfach mal in eine fremde Stadt zu fahren. Und dort Waits zu machen. 3 gemacht. 1 bekommen. Das geht auf jeden Fall klar. Wenn man sich mal die Quote von vorher anschaut. Ähm. Waren jetzt leider keine guten dabei. Bis auf der erste. Der ist leider abgehauen. Aber... Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und... Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute. Dann. Dann.